. 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 9 zu 10. Oh ja, das war eigentlich schon der erste Satz, wenn er diese vorhanden hat. Der Vierte insgesamt schon in diesem ersten Satz, den Alex nicht verwerten kann. Max, wieg. Ja, und dann ist dieser erste Satz erst mal durch. Tobias Ohl, ich bin jetzt heute bei der Bevölkerung nicht im Einsatz. Ich muss dann auch klären, warum das so ist.